Wir sind wieder in der siebten Klasse, wir üben das Gleichungenlösen, aber wir haben nochmal einen Zwischenschritt eingefügt. Das betraf so ein bisschen die Bruchrechnung und so weiter und zum Thema Bruchrechnung gehört auch Kürzen. Folgendes Beispiel, nehmen wir mal an, es steht ein ziemlich großer Bruch da und zwar 25 mal 26 mal 27 mal 28 mal 29 und das Ganze durch 58 mal 13 mal 81 mal 75 mal 112 oder irgend sowas. Dann kann man natürlich folgendes machen, man kann sagen, naja, dann muss ich erstmal oben ausrechnen, dann muss ich unten ausrechnen und dann muss ich mal sehen, ob ich kürzen kann, vielleicht kriege ich auch was draus. Wenn ich einen Taschenrechner habe, ist es leicht, wenn ich ihn nicht habe, dann wird es richtig kompliziert. Erinnern wir uns nochmal, wenn ich zum Beispiel sage, ich rufe einen Pizzaservice an und bestelle mir eine Pizza XXL und da kommt der Pizzamensch und bringt mir eine Pizza und die ist im Durchmesser, ach du liebe Zelt, das schaffe ich ja nicht mal mit 3, 4 Mann. Ja, jetzt sitze ich vor der Pizza und sage, wegschmeißen, das ist zu schade, bloß hier so eine Ecke rausessen, das wäre albern. Ich mache es anders. Ich rufe einen Freund an und sage, du kommst mit Pizza essen, meine Pizza ist viel zu groß. Ja, gerne, ich komme. Dann nehme ich ein Messer und schneide es schon mal durch und lasse aber die Pizza so liegen. Rein mathematisch hieß das, eine Pizza, kann ich auch sagen, habe ich jetzt in zwei Hälften geteilt. Zwei Halbe geteilt, zwei Hälften, zwei Zweite kann man auch sagen. Jetzt kommt der Freund und sagt, da bist du verrückt, das schaffen wir beide nie. Komm, ich rufe mal noch zwei Kumpels an. Jawohl, gut. Die haben zugesagt, gleich zu kommen. Wir nehmen schon mal das Messer und schneiden hier durch. Lassen aber die Pizza als solches liegen. Nur hier sieht man den dünnen, den Trennstrich, wo wir durchgeschnitten haben. Dann kann ich auch dazu sagen, das ist genauso wie 4 Viertel. Und ich könnte das jetzt noch zigmal machen, dann wären es 8 Achtel und so weiter und so fort. Wenn ich das wieder zurückführen will auf den eigentlichen Wert, was sind denn 8 Achtel wert? Dann kann ich wie folgt drangehen. Dann kann ich sagen, ich mache es in anderer Farbe. Ich teile das mal durch 2. Durch 2 ergibt 4. Ich muss aber beides durch die gleiche Zahl teilen. Durch 2 ergibt 4. Ah, 4 Viertel. Jetzt habe ich 4 Viertel. Jetzt könnte ich nochmal durch 2 teilen, dann würde ich bei 2 Halben landen. Und dann nochmal. Ich kann aber auch gleich auf einen Schlag teilen. Nämlich beide gehen durch 4. Durch 4 ist 1. Durch 4 ist 1. Und ein Eintel heißt nichts anderes als das. Das steckt hinter dem Thema Kürzen. Das heißt, ich verändere den Wert nicht. Ich verändere den Wert als solches, denn die Pizza bleibt so liegen. Ich verändere den Wert nicht, sondern ich mache den übersichtlicher. Und jetzt, bevor wir zu der Aufgabe hier oben kommen, noch was anderes. Wir wissen alle, 3 mal 4 ist 12. Und ich könnte auch sagen, 4 mal 3 ist 12. Das ist das Gleiche. Und wenn da drunter meinetwegen 6 mal 9 steht, dann könnte ich auch hier, ach ne, machen wir es noch anders, nicht 6 mal 9, 6 mal 12 steht. Dann könnte ich das auch hier unten drunter tauschen und sagen, dann schreibe ich 12 mal 6 hier unten drunter. Es hat sich nichts geändert. Wir wissen, Faktoren kann man tauschen. Mal sehen, ob bei beiden Aufgaben das gleich rauskommt, obwohl ich getauscht habe. Achtung, ich mache jetzt mal folgendes. Das wissen wir aus der Bruchrechnung. Ich teile das mal in zwei Brüche. Ich sage einfach, das könnte auch mal geheißen haben, 3 Sechstel mal 4 Zwölftel. Genauso könnte ich das auch geteilt haben. Aber das Teilen, das lasse ich jetzt mal, das ist albern. Wir wissen auch, dass wir es so schreiben können. Jetzt gehe ich ans Kürzen ran. So wie eben mit der Pizza hier. Jetzt mache ich das mal einzeln mit den Brüchen. Und sage, die beiden gehen durch 3. Dann ergibt das hier eine 1 und hier eine 2. Die beiden gehen durch, nehmen wir an, ich weiß das nicht, weil ich kein einmal 1 kann, aber ich weiß, das sind beides gerade Zahlen durch 2. Dann ergibt das 2 und hier eine 6. Ach, jetzt sehe ich, ich könnte nochmal, ich mache es mal in grün, durch 2 ist 1, durch 2 ist 3. Nichts Besonderes. Jetzt gucke ich und sage, Brüche multipliziert man, indem man sagt Zähler mal Zähler. Also hier oben Zähler mal Zähler, hier oben steht Zähler, unten steht der Name, der Nenner. 1 mal 1 ist 1, okay. Und 2 mal 3 ist 6. Mal sehen, ob das hier auch klappt. Und jetzt werde ich mal ein bisschen wild durch die Gegend kürzen. Da ich ja weiß, dass ich hier oben oder hier unten vertauschen kann, ist es ja auch erlaubt, durchaus mal, warte mal, damit man es besser sieht, von hier nach hier zu kürzen. Natürlich, ich könnte die 3 und die 6 mehr schnappen, aber ich darf auch, denn ich könnte ja die 12 da hinschreiben, die 6 darüber, ich kann auch sozusagen überkreuz kürzen. Ich darf bloß nicht hier, also hier unten oder hier oben alleine waagerecht kürzen, das geht nicht. Aber das wissen wir. Gut, fangen wir mal an. Ich kürze mal hier, ich nehme mir die 3 und die 12 vor, beide durch 3 ist 1, durch 3 ist 4. Und jetzt, statt überkreuz weiterzumachen, sage ich mir, nee, ich kürze mal die 4 und die 4, beide durch 4. Durch 4 ist 1, durch 4 ist 1. Und jetzt bin ich fertig, denn jetzt ist nichts mehr zu kürzen, nochmal durch 1, das kann ich machen, aber das ist Quatsch. 1 durch 1 bleibt 1, also kann ich jetzt aufhören. Und ich sage jetzt mal sehen, was dabei rauskommt, 1 mal 1 ist 1 und 1 mal 6 ist 6. Und dieses Vertauschen, dieses überkreuz kürzen, nur nie waagerecht kürzen, das kann ich jetzt oben bei meiner Aufgabe anwenden. Denn ich könnte ja eigentlich sagen, wenn ich mir mal diese hässliche Zahl 29, das ist eine Primzahl, angucke und die 58, dann könnte ich ja eigentlich sagen, ich schreibe mir mal die 58 hier rüber, aber ich weiß, ich kann ganz schräg kürzen, Hauptsache oben und unten. Fangen wir mal an. Ich mache es farbig, damit es auffällt, wer hier wen kürzt. Beide durch 29, das geht. Durch 29 ist 1, durch 29 ist 2. Ich schnappe mir eine andere Farbe und sage, die 25 geht durch 5, die 75 geht durch 5. Wenn ich es dann weiß, dann kann ich auch sagen, ich teile die beide durch 25. Durch 25 ist 1, durch 25 ist 3. Jetzt gucke ich, wer passt denn hier noch schön zusammen? Ach, hier die 26 durch 13. Und die 13 durch 13. Schwupp, 1, schwupp, 2. Jetzt mache ich mal einen Schlenker und sage, Moment mal, das Thema erlöse ich. Da gehe ich mal gleich rein. Die 2 und die 2 teile ich beide durch 2 ist 1, durch 2 ist 1. Jetzt bin ich hier, guckt mal hier, das ist übrig. Das ist keine Schande, übrigens auch mal zum Schluss einzukringeln. Was bleibt denn übrig? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Den ganzen linken Teil, den habe ich schon erledigt. Jetzt gucken wir mal weiter. 27 und 81 gehen zum Beispiel beide durch 9, aber die gehen sogar noch durch mehr, nämlich durch 27. Durch 27. Wenn ich es nicht weiß, ich kürze mich mal ran, ich zeige mal, wie das geht. Okay, 27 durch 9 ist 3, 81 durch 9 ist 9. Ach, ich kann noch mal durch 3 kürzen. Es ist keine Schande, sich da ran zu tasten. Durch 3 gehen beide. Durch 3 ist 1, durch 3 ist 3. Jetzt gucke ich und sage 28 und 112. Ja, wenn die beide durch 28 gehen, nehmen wir an, ich weiß es nicht. Machen wir es mal in grün. Die sind beide gerade Zahlen. Gerade Zahlen. Das heißt, ich kann durch 2 teilen, also ergibt 14. Und das hier ergibt 56. Die sind beide gerade Zahlen. Ich kürze noch mal. Ihr müsst nicht mal den Strich so rum machen. Ihr könnt ihn auch verkehrt rum machen, damit auffällt. Oder damit ihr mehr Übersicht behaltet. Ihr habt ja Tinte, ihr könnt ja nicht immer eine neue Farbe nehmen. Die gehen beide durch 7. Durch 7 ist 2. Durch 7 ist 8. Die gehen ja beide durch 2 noch mal. Durch 2 ist 1. Durch 2 ist 4. Jetzt gucke ich mal, was ist hier denn übrig. Hier ist bloß noch eine 1 übrig. Hier ist eine 1 übrig. Hier ist eine 1 übrig. Ich kann nicht mehr kürzen. Auch wenn hier noch so schicke Zahlen stehen. Die 3 und die 3, die darf ich nicht kürzen. Die 3 ist übrig. Die 3 ist übrig. Und die 4 ist übrig. Jetzt ist vorbei. 1 mal 1 mal 1 mal 1. Bleibt 1. Und jetzt kommt 1 mal 1 bleibt 1. Mal 3 ist 3. Mal 3 ist 9. Mal 4 ist 36. Wer hätte das gedacht? Normalerweise erklärt man gar nicht so lange, wie ich das eben gemacht habe. Sondern die Aufgabe ist ruckzuck und ganz schnell gelöst. Und man ist am Ende damit. Das zum Thema Kürzen. Wir brauchen das Kürzen. Ich mache das gleich noch mal mit einer Gleichung. Um das noch mal zu zeigen. Wenn da steht 4x, ich nehme mal meine Lieblingsgleichung. Ne, ich nehme eine andere. 4x plus 6 ist gleich 18. Und ich möchte die Gleichung lösen. Wir wissen ja, Klammerpunkt Strich ist die normale Rechenweise. Beim Gleichung lösen Klammerpunkt Strich rückwärts. Klapps rückwärts. Also, erster Schritt. Ich kümmere mich um das, was stört. Die mal 4 stört. Die plus 6 stört. Das ist aber die Strichrechnung. Also, plus 6. Das Gegenteil ist minus 6. Dann bleibt hier 4x alleine stehen. Und 18 minus 6 ist 12. Ich teile durch 4. Und jetzt mache ich mal diese berühmte Zwischenzeile, die wir sonst weglassen. Warum durch 4? Werden wir gleich sehen. Weil hier mal 4 steht. Ein stilles Mal ist damit vereinbart. Und jetzt sage ich durch 4. Jetzt schreibe ich mir die gleiche Nummer ab, wenn ich mir nicht sicher bin. Und schreibe das so hin. Und teile jetzt hier durch 4, habe ich mir vorgenommen. Durch 4, durch 4. Und jetzt kommt das Kürzen. Jetzt sehen wir das. Die 4 und die 4 sind beide durch 4 teilbar. Bleibt nur 1 übrig. Nicht die 1en weglassen. Die brauchen wir manchmal. Die sind manchmal sogar bitternötig. Sonst ist alles falsch. Und die gehen beide durch. 4 ist 3. Durch 4 ist 1. Und jetzt schreiben wir den Mist sauber ab. Also nochmal diese Zwischenzeile. Die kann man sich normalerweise schenken. Weil wir dann Profi genug sind. Was bleibt hier übrig? Hier bleibt ein x übrig. Und hier bleibt 3 durch 1. 3 übrig. Da kommt das Kürzen dann. Und da ist es wichtig. Und deswegen müssen wir auch das 1x1 im Kopf kürzen. Gibt es hier irgendwelche Fragen? So. Fragen sind beseitigt. Dieses Video schließe ich ab. Und wir werden jetzt mal Aufgaben dieses Typs hier oben. Die werden wir jetzt üben. Das heißt, der zweite Teil dieses Videos ist dann ein neues Video. Aber der setzt da oben dann fort.